Das ist jetzt noch eine Richtung. Da auf dem Left, zum Jubiläum. Also das ist gerade neben dem Left. Weißt du, was bin ich geäußert? Ich stehe noch unter dem Jubiläum im Ehreli-Pakon, und dann sehe ich es nicht. Und das, äh, haben wir... Haben wir... Ich hoffe, ich weiss nicht. Und die Teller, die du dabei hast... Ja. Und, äh, die Teller, die du dabei hast... Ja.